Also ich wünsche uns jedenfalls zunächst einmal in unseren bilateralen Kooperationen eine Fortsetzung und Intensivierung jener kollegial-freundschaftlichen Formen der Zusammenarbeit, die wir bei der Forschungsförderung wie auch in der Forschung tatsächlich erreicht haben und von der ich hoffe und wünsche, dass sie sich förderlich weiterentwickeln möchte. Ich könnte aber auch hinzufügen, es würde mich sehr freuen und es ist ein Wunsch, den ich nicht nur als Person, sondern auch für die DFG sehr gerne artikuliere, dass es viele multilaterale Zusammenhänge gibt, zum Beispiel den Global Research Council, Zusammenhänge, in denen unsere beiden Organisationen fruchtbar wirken können, dafür die Standards, die wir in der Forschungsförderung gemeinsam haben und verwirklichen in diesen deutsch-russischen Wissenschaftskooperationen, dass diese Standards in der Welt der Wissenschaft global eine möglichst breite Zustimmung und Anerkennung finden, denn es sind jene Standards, von denen wir überzeugt sind, dass sie für den Fortschritt des wissenschaftlichen Wissens die Nötigen sind.